Zwölf. Was darf man eigentlich alles mit zwölf? Da ihr alle schon zwölf seid, eine Minute zwölf. Man darf ab zwölf Jahren vorne sitzen und das ganz egal wie groß man ist. Man darf ab zwölf Jahren Fortnite spielen und Filme und Computerspiele ab zwölf Jahren spielen. Und Filme darf man bis 20 Uhr im Kino ansehen. Und mit zwölf ist man bedingt religionsfähig. Das heißt, wenn die Eltern ihre Religion wechseln, dann dürfen sie nicht einfach bestimmen, dass du auch deine Religion wechseln musst. Das war eine Minute...